Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es gibt einen neuen Skin Makeup Beauty Trend, der auch Maxim Skin heißen könnte, Pearl Skin Trend. Und wir werden den heute probieren nachzukreieren. Es gibt so viele wunderschöne Looks und ihr wisst ja, wir heiraten dieses Jahr. Und ich probiere wirklich noch so das ein oder andere i-Tüpfelchen für meine Hochzeit zu finden. Einfach, dass ich aussehe wie ein junger Gott. Ich dachte mir, wir probieren das Ganze einmal aus. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil hier viele Produkte sind, die ihr mit Sicherheit schon kennt, aber vielleicht noch nicht unbedingt zu Hause habt oder vielleicht sogar schon zu Hause habt. Und ich zeige euch, wie wir das Ganze richtig schön glowy, frisch, gesund, aber nicht so ölig, sondern einfach nur eine schöne, glatte, jugendliche, frische Haut hinkriegen. Ich bin ganz aufgeregt. Vor allem das Produkt hier, da bin ich so gespannt. Ich habe nämlich einige Produkte von MAC für dieses Video zugeschickt bekommen. Deswegen freue ich mich da ganz so drauf, einfach um diesen Trend ein bisschen auszuprobieren. Ganz, ganz wichtig, bevor wir loslegen, ist die Hautpflege. Ich habe mein Gesicht gerade schon gereinigt. Es passt nämlich ganz gut. Ich habe euch das schon so oft gezeigt. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen? Das ist das Hyper Real Serumizer, Skin Balancing Hydration Serum. Das ist, das seht ihr nicht, ne? Ich probiere es euch zu zeigen. Ich habe es euch nämlich schon so oft gezeigt und jetzt seht ihr auch mal. Ne, man sieht es nicht. Ihr müsst es mir jetzt einfach glauben. Und es gibt hier auch den Skin Canvas Balm. Liebe ich sehr, weil der die Haut so richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Und MAC hat nämlich die Reihe ein bisschen erweitert. Und zwar gibt es jetzt den Hyper Real Fresh Canvas Cream to Foam Cleanser. Ich habe ihn vor ein paar Tagen schon bekommen. Und ich finde, der ist richtig, richtig gut, weil die Textur ganz besonders ist. Ihr habt so eine richtig schöne gelige Konsistenz. Und wenn ihr die mit Wasser zusammenbringt, wird das ein richtig, richtig schöner, milder Schaum, der das Make-up sehr, sehr gut runternimmt. Und ohne, und das finde ich bei Reinigungsprodukten halt immer so wichtig, dass die Haut sich danach nicht so trocken anfühlt. Und wenn sie sich trocken anfühlt, war es zu viel. Und der ist wirklich, wirklich schön sanft, nimmt das Make-up gut runter. Und auch um den Augen, es brennt nichts in den Augen, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Den habe ich, wie gesagt, gerade schon benutzt, damit wir gleich weitermachen können mit der Pflege. Weil, ich habe so ein bisschen recherchiert, ne, wenn es um neueste Make-up-Trends geht, muss ich natürlich immer erstmal ein bisschen schauen, was gibt es, was soll dieser Trend aussagen. Und der Trend ist wirklich Fokus Haut und Highlights setzen. Aber nicht diesen typischen Highlighter, den wir kennen, diese Dubai-Landebahn, sondern eher so einen gesunden Glow. Und dafür passen die Produkte nämlich ganz gut. Ich starte meistens mit dem Serumizer als erstes. Der ist nämlich ein bisschen leichter und gibt mir so zwei Punktstöße drauf. Wir haben eine sehr, sehr weiche Textur. Und die trage ich mir direkt ins Gesicht auf und verblende das einmal schön. Und das zieht super schnell ein. Und ich glaube, ihr seht schon, die sind glow. Ihr seht das. Ich habe extrem viele Rötungen heute. Ich sehe müde aus. Es war ein langer, langer Tag. Mittlerweile ist es auch schon recht spät. Aber ich glaube, das ist ganz gut, um zu sehen, was die Produkte können und wie wir diesen Skin-Trend machen können, auch wenn die Haut vielleicht nicht perfekt ist. Weil das höre ich ganz, ganz oft von euch. Dass ihr das Gefühl habt, dass Make-Up oder diese Glowy-Make-Up-Produkte immer nur dann funktionieren, wenn man eine perfekte Haut hat. Ich habe eine gute Haut heute, aber super viele Rötungen. Meine Augenmenge sind da. Ich habe noch nicht mal Color Correction draufgebracht. Und mache direkt weiter jetzt mit dem Skin-Canvas-Balm. Der ist super, super reichhaltig. Also, das ist schon fast mein liebstes Produkt aus der Hyper-Real-Reihe, weil die so reichhaltig ist. Man merkt ja auch manchmal, dass Produkte entweder wirklich nur für Skin-Care gemacht sind oder wenn Skin-Care-Produkte auch gut mit Make-Up funktionieren. Das ist für mich immer ein guter Punkt. Ihr seht das. Da. Also, ich bin schon fast am Boden des Tiegels angekommen. Super reichhaltig gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Sehr, sehr schön. Und jetzt, Freunde, passt auf. Jetzt wird's wild. Ihr habt ja die Bilder gesehen, ne? So. Und, also, für meine Hochzeit möchte ich nicht zu viel haben. Ich möchte mich aber gut fühlen. Und ich möchte diesen... Es soll so aussehen, als hätte ich Wochen vorher geschlafen, sehr viel Wasser getrunken, als wäre ich oft bei der Kosmetik gewesen. Hätte auf mich geachtet. Wir wissen, glaube ich... Ich kann mir vorstellen, alle, die schon geheiratet haben, wissen, dass genau das nicht zutreffen wird, wenn man heiratet. Deswegen probieren wir das Ganze mit diesem Make-Up-Trend so ein bisschen hinzukriegen und den Fokus auf die Haut zu legen. Ich werde auf meiner Hochzeit keinen Lippenstift tragen. Ich werde bei meiner Hochzeit wahrscheinlich auch keinen Lidschatten tragen. Maximal einen Bronzer in der Lidfalter. Weil ich einfach da nicht so viel haben möchte. Jetzt schaut euch bitte einmal kurz den Glow auf meiner Haut an. Den seht ihr. Passt auf. Ihr kennt mit Sicherheit alle die Strobe Cream. Das Produkt gibt es gefühlt seitdem ich denken kann schon. Das ist so ein... Du kannst ganz viele Dinge damit machen. Ich mag es ja ganz gerne, wenn ich ein bisschen glowy bin. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen... Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe Gold Light. Es gibt ihn in verschiedenen Farben. Und das ist so ein Produkt, entweder du mischtest in deine Foundation oder du trägst es als Primer auf. Und das mache ich jetzt. Der hat so einen schönen goldenen Touch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen stärker, damit ihr das in der Kamera seht. Boom. Ohne. Und das finde ich bei der Strobe Cream so gut. Ohne, dass die Hauttextur so hervorgehoben wird. Die Schimmerpartikel sind sehr, sehr klein. Das ist schon wirklich fast dieses Permut-artige. Und da kann man ruhig ein bisschen mehr auftragen. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt nicht so viel haben. Ihr kennt mich. Ich möchte Glow. Dann einfach in die Foundation mit reingemischt. Ich habe heute extra sogar für euch. ein bisschen Ausschnitt rausgeholt. Es gibt halt so Klassiker-Produkte, ne? Seid ihr bereit, Freunde? Jetzt geht's, jetzt das Welt. Es gibt hier auch eine neue Foundation von MAC. Die Studio Radiance Foundation. Ich habe gelernt, ich habe nämlich damals viel zu viel benutzt. Weniger ist mehr. Ich mische mir so ein bisschen die Farben, weil ich habe hier die Farbe NW11 und die NW15. Ich gehe erstmal mit der NW11 lang. Die ist ein bisschen zu hell im Moment. Zwei Pumpstöße hiervon, ein Pumpstoß davon. Und bevor wir jetzt mit Make-up raufgehen, schaut euch bitte einmal diesen Glow an. Wie unglaublich schön der ist. Und ich habe noch nicht mal Color Correction drauf. Stellt euch jetzt vor, ich hätte die paar Pickelchen vielleicht sogar schon abgedeckt. Das würde nochmal ganz anders aussehen. Aber jetzt wollte ich euch einfach mal meine Haut auch zeigen, wie sie aussieht. Es gibt Tage, da sehe ich einfach auch mal so aus. Jetzt arbeiten wir mit der Foundation. Und wir arbeiten heute in der dünnstmöglichen Schicht. Das ist das Wichtige. Ich schnate erstmal im Zentrum meines Gesichtes, weil ich dort die meiste Deckkraft gerade brauche. Erstmal punktuell in kreisenden Bewegungen. Und jetzt schaut mal, sie gehen sofort diese Rötungen weg. Was ich damals bei der Foundation falsch gemacht habe, ist, dass ich sie nicht so aufgetragen habe, wie man sie eigentlich hätte auftragen sollen. Ich habe auch schon ein paar Mal dazu gegriffen, wenn es so super, super Glow wurde oder neulich, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich habe neulich eine geheime Kampagne geschossen für etwas. Und wenn du Fotos machst oder wenn du Videos machst, dann ist der Effekt, den du auf der Kamera haben sollst, immer nochmal ein anderer, wenn du deine Foundation nicht fixierst. Und da die recht gut gehalten hat, ohne sie zu fixieren, dafür habe ich die dann benutzt. Ich arbeite wirklich erstmal hier auf der Nase und dann wieder ganz leicht mit dem Pinsel. Und dann kann ich nachher nochmal punktuell mit einem Concealer die Unebenheiten abdecken. Das Ziel ist aber nicht, eine super Full Coverage Foundation zu haben, sondern die Haut so ein bisschen auszugleichen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euer Make-up im Moment aussieht. Ihr wisst es, ich stehe auf Glow im Moment. Was heißt im Moment eigentlich? Seit 2017. Und jetzt, ich glaube, jetzt seht ihr ganz gut, warum dieses Strobe Cream dafür so wichtig war. Weil die so aussieht, als würde der Glow von unten kommen. Das ist nochmal was anderes optisch, wenn wir uns, ne, wenn ich, wenn du mich jetzt in der Stadt triffst und wir darüber reden und denkst so, oh, dein Make-up ist so glowy. Dann siehst du nicht den Highlight-Arbeiten, den wir auch noch von mir sehr gut kennen. Sondern wir sehen dieses Gesamtbild. Vor allen Dingen auf der Stirn, auf den größeren Flächen, wie den Wangen, auf der Nase oder halt vor allen Dingen, bei mir ist sehr viel Fläche, die Stirn. Viel zu viel Foundation benutzt, für das, was ich eigentlich wollte. Deswegen gehe ich jetzt nochmal punktuell hier auf die Stellen, wo ich ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Das ist ja schon fast ein Full-Face-Mac hier. Das ist schon glowy, ne? Und hier, ich glaube, hier könnt ihr es jetzt ganz gut sehen. Das ist ganz subtil. Ganz subtil kommt dieser Schimmer durch. Der rosane Ton ist auch sehr, sehr schön. Ich habe jetzt leider nur den gelben hier. Aber das Gelb passt ein bisschen besser jetzt zu dem Gesamtbild bei mir. Wir lassen das Ganze einmal einziehen kurz. Ich finde, dann sieht es nämlich noch ein bisschen gleichmäßiger aus. Was ich ganz spannend finde, ist die Kombination, aus denen, mittlerweile waren es ja vier Produkte, fühlt sich nicht so klebrig an. Wir fixieren das Ganze aber gleich. Und zwar nicht mit dem, was ihr glaubt, mit dem wir es fixieren würden. Und zwar habe ich hier das Lightscapade Mineralized Skin Finish. Das Mineralized Skin Finish, das kenne ich schon. Ich kenne die Farbe Lightscapade aber noch nicht. Und die soll auch eine der Quintessenzen sein. Das ist ganz spannend. Ihr merkt das, ne? Die Produkte bauen so ein bisschen aufeinander auf. Ich habe die jetzt bei so vielen gesehen bei TikTok und dachte mir, okay, let's go. Das ist ein gebackenes Produkt. Ihr seht verschiedene Farben. Wir haben einmal so einen leichten goldenen Glow, ein bisschen Rosé, ein bisschen Blau. Das ist kein Highlighter. Das ist eher so ein Lichtpunktsetzer für den Extra Glow. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut auf der Webseite. Das ist für den Extra Glow. Wir könnten jetzt so ein bisschen den Concealer mal fixieren. Ganz leicht mit so ein bisschen über die T-Zone. Okay, und jetzt wird es spannend. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich... Also, die Straw Cream ist ein... Die kennt ihr schon. Die ist so ein Klassiker, glaube ich. Aber das hier, da habe ich ganz, ganz große Hoffnung drin, dass das ein absolut krasses Produkt sein könnte. Das ist ja ein Puder. Ein gebackenes Puder ist immer sehr, sehr gut, wenn man das mit Feuchtigkeit in Verbindung bringt. Die Textur aus so einem gebackenen Produkt war ja mal feucht und dort durch das Backen wurde die Feuchtigkeit entnommen. Deswegen ist es bei gebackenen Produkten immer sehr gut möglich, die auf eine noch nicht fixierte Base zu geben. Ich habe neulich einen ganz lustigen Vergleich gemacht. Wenn ihr euren unteren Augenbereich probiert zu fixieren und ihr zu viel auf einmal raufgebt, es ist wie beim Backen. Wenn du zu schnell Milch und Mehl zusammen mischst, klumpt der Teig. Wenn du es langsam, die Flüssigkeit in die trockenen Ingredienzen bringst, dann wird das ein sehr, sehr gleichmäßiger Teig. Beim gebackenen Produkt ist es nochmal ein bisschen anders. Ich nehme jetzt einen ganz großen Pinsel und fixiere jetzt erstmal damit auf der Stirn. Ne, Sekunde. Also, wir müssen es jetzt nicht so übertreiben wie ich, aber das ist ja schon so perlmuttig und ich möchte gleich aussehen wie eine Perle. Wenn der Trend sagt, Pearl Skin, will ich Pearl Skin. Ich nehme jetzt nur den Rest, den ich hier dran habe und gehe erstmal grob über meine T-Zone. Da will ich nämlich nicht zu viel davon haben. Kommt mal ran auf den Meter. Da seht ihr das nämlich einmal. Also die Stirn ist fixiert. Wie als hätte ich sie mit einem Face Powder fixiert, aber sie fühlt sich nicht so an. Wir können das Ganze natürlich auch ein bisschen punktueller machen. Ich nehme jetzt einen etwas kleineren Pinsel und arbeite mir hier aus dem etwas goldneren Bereich. Die werden natürlich immer alle so ein bisschen anders aussehen. Und das platziere ich einfach nur hier rüber. Schaut mal, ich habe hier einen Pickel gehabt. Den habt ihr ja gerade gesehen. Die Textur wird nicht hervorgehoben. Hier seht ihr nochmal das Licht. Ich gehe einfach nochmal rüber und fokussiere mir das jetzt einfach... Ich will es überall haben. Ich nehme etwas fester gebundenen Pinseln und gebe mir das jetzt über meine Augen. Ich möchte so ein perlmuttiges Augenlid haben. Das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt. Durch diese verschiedenen Farben passt sich das natürlich sehr, sehr gut an die Haut an. Hier so ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Wir sahen schon oft aus wie der Zinnmann, wenn wir probiert haben, glowy zu werden. Aber das ist nochmal was anderes. Ich will jetzt nochmal ein bisschen Farbe zurück ins Gesicht bringen, weil ich habe noch keinen Bronzer, kein gar nichts aufgetragen. Ich habe jetzt hier noch die Farbe Fairly Precious Extra Dimension Blush. Den habt ihr schon ein paar Mal gesehen bei mir. Das ist so ein Blush Lighter. Ich glaube, der passt da ganz gut dazu. Tupfe ich jetzt hier einfach nur nochmal so ein bisschen rüber. Das muss nämlich heute eine sonnengeküsste Perle sein. What is this? Ich habe noch ein bisschen Bronzer aufgetragen. Hier so auch in die Lidfalte. Look at me. Look at me, meine Haare. Was ist hier passiert? Okay, Sekunde. Ich muss mich mal kurz sammeln, weil das ist halt so eine Summery Skin. Das ist so, wir haben 30 Grad draußen. Ich habe nur die dünnste Schicht Make-up im Gesicht. Aber meine Skin ist skinning. Schaut euch das einmal bitte im Close-Up an. Die Textur meiner Haut, ich habe auch eine Hauttextur. Vor allem auf meiner rechten Gesichtseite ist sie ja natürlich deutlich größer. Aber wie schön sieht das Ganze aus? Ich glaube, diese Kombination aus erstmal Skin Prep, ganz klar. Die Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt. Du hast diesen natürlichen Glow schon durch die Pflege. Und wenn du dann nur eine hauchdünne Schicht Foundation aufträgst, punktuell vielleicht so ein paar Unebenheiten korrigierst. Das habe ich nicht mehr gemacht. Ich hätte ja auch so ein richtig dickes Pöttchen Concealer nehmen können und das Ganze dann ausgleichen können. Aber dann halt Stroke Cream und diesen Light Skipping Mineralize Skin Finish drüber. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich liebe ja sowas, ne? Ich liebe das... Ich habe neulich einen Kommentar bekommen, Maxim, dein Make-up ist so langweilig geworden. Nein, ist es nicht. Mein Make-up ist glowing. Ich habe nur kein Lidschatten mehr drauf. Das kannst du natürlich da hinzufügen. Jetzt so ein Multichrome auf die Augen vielleicht. Mascara rauf. Boom. Es sieht aus, als wäre ich gerade frisch aus dem Bali Urlaub gekommen. I love it. Schreibt mir jetzt einmal bitte in die Kommentare, wie euch das Make-up gefällt. Ihr kennt meine Reaktion. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, außer... Krass. Ich hatte ein bisschen... Ich bin ehrlich. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn ich das nachschminke, ich dann aussehe wie Maxim 2017, wo er sich Liquid Highlighter, wirklich den dicksten Highlighter unter die Foundation geschmiert hat und dann die dickste Foundation, die es auf dem Markt gab, rüber gemacht hat. Aber das ist ja natürlich, das ist ja ein Hauch von Glow, der so perfekt zusammenspielt. Schreibt mir gerne eure Meinung einmal in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Ich verlinke euch einfach mal alles unten. Die Skincare-Reihe unten. Die Skincare-Reihe ist super. Das ist ein großartiges Produkt. Ihr wisst, was ich dazu sonst immer sage. Da muss ich mittlerweile ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt für diesen Glow. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Pearl-Skin-Trend sagt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal.